Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin Lara. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir hören uns heute ein Song von Julian Baermann. Ich bin gespannt. Lass uns reinhören. Das war Hans hat Glück. Stimmt, das war Hans hat Glück. Hans hat Glück ist ja so gut. Das war der Bones MC, Rav Camora type of song. Das war unser Glück. Boah, stark. Stark. Boah, stark. Boah, stimmt, das war der, Alter, das war der. Stark. Übrigens, Freunde, kurze Ansage nochmal eben. Das im Intro war Lara. Bitte schreibt Lara auf Instagram, was zu diesem Auftritt hier. Schickt ihr Screenshots von ihrem Gesicht, schickt ihr Videoaufnahmen von ihrem Part. Das ist ihr absolut nicht unangenehm. Sie hat auch keine Wette verloren. Sie hat es einfach freiwillig gemacht. Also bitte, nervt sie ein bisschen, schreibt ihr auf Instagram, kommentiert ihre Bilder, lasst liebe Grüße da und schickt ihr auf jeden Fall Bilder davon. Und kommentiert ganz wichtig unter diesem Video. Alle irgendwas zu ihr schreiben. Da freut ihr sich extrem drüber. Aber vertraut mir. Ihr würdet mir einen Gefallen tun, wenn ihr ganz, ganz viel zu ihrem Part in diesem Video schreibt. Dankeschön, Leute. Gut, wir schauen weiter. Oh, das Ne, 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 Ne war gut. Oh, stimmt. Boah, stimmt. Boah, stimmt, diese Waschmaschine, das war so gut. Ey, ich hab so gelacht. Das mit dieser Waschmaschine war so gut. Boah. Vieles. Kann ich das haben? Jodan biete. 100 Bitcoins und zwar diese. Hab ne Waschmaschine, der Hans wird jetzt clean. So stark. So stark. So stark. Waschmaschine. 500 PS, gönn mir den Sound. Wer steht denn da? Oha, ich check das jetzt mal aus. Alter, was ist das? Markus Gläser. Was kommt? Nö, viel wert später. Kann ich das haben? Jodan biete. Ich hab ne mega größe Waschmaschine. Als ob jemand so Glück hat wie ich. Ne, 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 ne. Ich glaub, ich dreh am Glücksrad große Pläne. Pläne. Find dich, freut mich. Ich bin ganz ehrlich, Leute. Ich würde diesen Song auch privat einfach hören. Ich würde den einfach zu hören in meiner Playlist. Ich bin ehrlich. Würde ich's machen? Ich bin ehrlich. Würde ich's machen? Ich glaub, ich werd verrückt, Mann. Denn ich seh, seh. Möckes Gläser am Stand mega wertanlagen. Hab jetzt alle auch die Regelnbogenfarbe. Ehre. Krass, ich bin 10 Millionär in ein paar Jahren. Aber was ist das Geiles da drüben will ich haben? Alter, was ist das? Sack voll Scheiße. Was kann das? Nix ist halt ein Sack voll Scheiße. Das war auch so stark, Alter. Das war stark. Kann ich das haben? Jo, dann bitte. Hab hier meckes Gläser, mega viele. Ich hab den besten Schritt am Start, nen ganzen Saar. Vielleicht kauf ich mir... Uh, die Hintergrundstimme, die war angenehm. Ich hab den besten Schritt am Start, nen ganzen Saar. Vielleicht kauf ich mir davon eine ganze Stadt. Oder ich investiere in irgendwas. Korrekt ein Brunnen, ich hab das, mach Wasser klar. Ich mach das Wasser klar. Das ist der neue Part. Geh mal weg, denn du stinkst aus deinem Gesicht. Ich jetzt? Ich hab doch ein wunderschönes Gesicht, hat meine Mama immer gesagt. Und was Mama sagt, stimmt eigentlich. Gut, Freunde, sehr kurzer Song. 2 Minuten 15. Der neue Part war auch jetzt nur, ich glaub, 20 Sekunden oder so sehr, sehr kurz. Aber der Song hat auch nicht mehr viel Veränderung gebraucht. Ein kleiner Feinschliff ist völlig okay, aber viel mehr Veränderung hätte dem Song gefühlt nur geschadet. Also ich bin sehr zufrieden, so wie es abgelaufen ist. Und das ist wirklich ein Song, den muss ich öfter hören. Da kamen auch direkt Sommergefühle hoch bei mir. Ich weiß nicht, aber da kommen diese Gefühle hier hoch, dass ich ein bisschen Sommergefühle habe. Ich weiß nicht, warum, Leute. Aber ich würde sagen, wir schauen uns noch den neuesten Song an, El Geile. Der wird dann spätestens morgen hier auf diesem Kanal erscheinen. Und dann kommt ja diese Woche, kommt noch ein neuer, kann das sein? Ja, diese Woche kommt noch ein neuer. Ich bin sehr gespannt, welcher Song er droppt hat. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber ich kann euch versichern, Leute, den werden wir uns auch ansehen, anhören. Haben wir irgendeinen verpasst? Schreibt es bitte rein. Haben wir einen verpasst? Wenn ja, welchen? Und ansonsten schreibt mal eure Meinung rein. Welcher Song ist jetzt euer bester? Welcher Song ist euer Lieblingssong? Also die letzten drei fand ich es mit am besten. Könige der Nacht, Goldene Haut und Hans hat Glück sind die drei besten, finde ich. Das sind wirklich krasse Songs, die ich mir auch so anhören würde. Ich bin ja ganz ehrlich, Leute, ja. Ich bin gespannt. Lasst mir eure Meinung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh. So wie immer natürlich, meine lieben Freunde. Und ciao.